Guten Tag, Herr Singh. Bitte? Hallo, Herr Singh. Hi. Mein Name ist Marc Kramer. Ich bin Ihrer persönliche Unterberater. Also Sie haben sich ja vorgegreift bei unserer Handplattform angemeldet, kürzlich. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich habe den Namen nicht verstanden. Rohit Singh. Rohit? Ja, das ist mein Haushälter. Den muss ich kurz holen. Moment, bitte. Ah, okay. Rohit! Telefon! Machst du mir bitte noch einen Kaffee, wenn du fertig bist? Danke. Hallo, guten Morgen. Ja, Herr Singh. Ja, hi. Ja, Herr Singh. Wer ist da? Marc Kramer, ich bin Ihrer persönliche Unterberater. Sie haben sich bei unserer Handplattform angemeldet. Grüß dich. Ah, hallo, guten Morgen. Da wird hier sehr schneller Anruf kommen. Gar nicht gedenken. Ist okay, ist okay. Schauen Sie. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihren Handelskontakt abzustellen. Können Sie mir bitte sagen, ob Sie haben schon alles verstanden, wie bei uns das läuft? Oder darf ich Ihnen wenig über unsere Handplattform ein bisschen erklären? Ah, gerne eine Erklärung, weil ich habe ein bisschen Gucken, ein bisschen bei Google gelesen, aber noch nicht ganz verstanden, was kann man machen, wie funktionieren und solche Sachen. Okay. Gut, dann schauen Sie, ja, schauen Sie. Also, Sie haben sich bei unserer Handplattform angemeldet. Nach der Aktivierung jetzt Ihres Handelskonten bei unserem Unternehmen, würden Sie einen persönlichen Finanzberater bekommen. Und er stellt bei Ihnen zur Verfügung 24-7. Also mit dem Berater können Sie gerne die ganzen Informationen täglich herauszuführen über aktuelle Trends, Tendenz auf der Märkte und so weiter. Und er wird Ihnen auch eine ganze Sache funktionierweise erklären. Und auch macht Sie sie und Boden, das heißt, Sie als neulich nicht allein sind. Das was? Alles funktioniert. Also als neulich, wir sind nicht allein. Er macht Sie sie und Boden. Du warst neulich allein, ne? Hallo? Sie als neulich. Neulich? Sie als neue Kunde, ja. Sie sind nicht allein. Sie haben eine besondere Finanzbereiter an der Seite. Oh, sehr gut. So, und alles funktioniert relativ einfach. Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit Einzahlen. Und dann unsere Finanzleiter ruft Sie an und vorbereitet Ihre gewünschte Strategie. Und Sie beginnen mit Ihrem Kontostand zu arbeiten. Können Sie mir bitte sagen, Herr Seng, ob Sie haben schon bereits Erfahrung über diesem Bereich? Meint Sie beim Finanzmarkt oder beim Handel gesammelt? Nein, 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 gar nichts. Ich bin ein Neubi. Ich erst mal gucken, ein bisschen Geld verdienen, ja? Geht bei Sie für einmal, ja? Richtig. Das ist schon okay. Überhaupt kein Problem, weil Finanzexperte, wie gesagt, er ist immer da, um Ihnen zu helfen. Weil Sie sind schon unerfahrt, denn Sie haben an der Seite jederzeit Ihre persönliche Finanzberater. Also wir haben zwei Optionen für die Arbeit. Die erste Option besteht direkt darin, mit einem Finanzexperten zusammenzuarbeiten. Aha. Und monatlich ab 30 Prozent Profit machen. Es kann auch 50 oder sogar immer noch mehr sein, aber... Warte, 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 warte. Aber jeden Monat 30 Prozent, du sagst, ja? Ab 30 Prozent. Oh mein heiliger Kuh, oh mein Gott. Es kann auch 50 oder sogar immer noch mehr sein, aber das wird jedoch von den Finanzmärkten abhängen, ja? Von was? Wir haben böse... Es wird jetzt von den Finanzmärkten abhängen, okay? Wir haben eine böse fachleidige Algorithmus-Physiologie. Kollege, 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 stopp! Dann müssen Sie selbst... Ja, bitte. Du redest viel zu schnell. Ich kann nicht so gut Deutsch reden. Ich kann gar nicht verstehen, was du sagst. Ach so. Du musst langsam sprechen, wie für ein Idiot, okay? Es ist okay, schauen Sie. Es heißt, wenn Sie sich anmelden, Sie müssen selbst über den Tritt überhaupt gar nichts nachdenken, weil Sie haben... Über was? Wie gesagt... Den Fritz? Meine, oder welcher? Tritt. Okay. Trading. Und Sie haben jederzeit eine Seite, wie gesagt, Ihrer persönlichen Berater und Ihrer Fachmann und Sie kriegen Informationen, welcher Trade jetzt Sinn macht. Berater erstellt eine Handelsstelle für Sie und erklärt Ihnen, wie Sie den Markt analysieren können und unterstützt Sie bei allen Arbeitsverläufen. Das war eine erste Option. Okay. Und zweitens, wenn Sie vollzeit beschäftigt sind und keine Zeit haben, um mit den Finanzexperten zu sprechen, können Sie auch gerne mit dem Roboter, heißt kundliche Intelligenz, arbeiten. Ein Roboter? Das ist ein... Wie ist dein Name? Ein Algorithmus. Wie ist der Name von Roboter? Das ist ein Algorithmus, ein App wie ein Programm. Aha. Wie ist sein Name? Ein Roboter? Aha. Ein Roboter hat keinen Namen. Aber warum denn? Ich muss doch mit Sie reden. Sie können einen Namen für den Roboter geben, kein Problem. Kann ich mit dem reden? Ja, mit dem Roboter profitieren Sie auch ab 30 Prozent monatlich. Und das ist unsere Garantie, wie gesagt, weil der Roboter nur der höchsten und profitabelsten Trade, Deal steht, ja. Und, ja, steht damit es kein Risiko gibt. Und der Hauptvorteil Arbeit mit dem Algorithmus ist eigentlich eine fröhliche Abwesenheit von Verlusten, auch wenn sich Ihr Handelsvorgang in die, zum Beispiel, in die gegenseitigen Richtung bewegt. Dann schließt die Software von sofort den Vorgang automatisch, sodass Sie keine Verluste erleiden, okay? Können Sie mir bitte sagen, welche Option finden Sie besser für ihn? Ähm, ich mag das sehr gerne eine Robotik haben. Ist das von Japan, die Robotik? Nee. Woher ist das kommen? Woher möchten Sie mit dem Roboter? Bitte? Den Roboter, woher die kommen? Deutsch. Deutsch? Gut, also... Ist das am JetGPT oder was machen? Sie möchten mit dem Roboter? Nee, du, du nicht meine Fragen antworten. Okay, was war meine Frage? Welches JetGPT von den Robotern, oder? JetGPT, was meinen Sie? Ist das die Roboter oder eine andere Roboter machen? Diesen Roboter funktioniert von alleine, ohne weitere Hilfe, ja? Ja, aber der muss ein Software haben. Ihre persönliche Finanzberaterin. Richtig, das ist ein, wie gesagt, das ist ein reales, aus amortisiertes Netzwerk. Und Sie würden besprechen, eine einstellige Software mit Ihrer persönlichen Finanzberater. Okay. Gut, dann schauen Sie, ich würde Ihnen auch mitteilen, dass Sie haben jetzt ein Bonusprogramm für unsere Neukunden, damit Mindestbetrag entsteigen, dann kriegen Sie auch 50 Euro auf Ihrem Handelskonto dazu. Damit Sie schon mit einem großen... Bitte? Das ist gut. Dankeschön. Ich würde mir sehr Freude machen. Gut, also das heißt, Sie erhalten 50 Euro dazu, damit Sie schon mit einem großeren Betrag beginnen können. Unser Mindestanlagebetrag liegt derzeit bei 240 Euro. Sie erhalten auch... Das ist so laut. 400? 250, 250. 250, ja, mach doch mal die Musik aus, Kollege, da kann ich die besser hören. 250, 250, okay? Oh, 25, 0, right? Ja, Sie können gerne mit etwas Großeres anfangen. Also zum Beispiel mit 500 erhalten Sie 140 Euro dazu und 250 Euro auch dazu erhalten Sie für 1.000. Mit welchen Optionen möchten Sie anfangen? Dann nehmen wir 1.000 Euro, das glaube ich sehr gut. Und dann jeden Monat bei 30% Minimum machen, ja? Okay. Dann muss ich eine neue Ziege startbauen, weil in der Niederlande sind 19.000 Ziegen fast schon drin, dann muss ich mir mehr haben. Dann schauen Sie, wir heben kein monatlicher Abonnentengebühr, wenn Sie Geld abheben, dürfen wir auch keinen Prozent setz, da das unsere Unternehmen die Kosten selbst übernimmt. Das heißt, Sie heben das Geld unverzüglich und vollständig ab. Jo, dann schauen Sie, möchten Sie eine klassische Bank überweisen, tätigen dieser Mastercard mit Krypto-Austauschsystem oder haben Sie ein Kryptowullet-Kryptotasch? Also ich gehe davon aus, Sie haben kein Kryptowullet, weil Sie sind ganz neu, oder? Was bedeutet denn? Ich nicht wissen. Sie haben Bank, also klassische Bank, Online-Bank. Nein, 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 diese Wallet, Wallet, Englisch, das Wort für Geldbeutel, ich Geldbeutel habe. Okay, welche Beutel haben Sie? Sparkassebank. Also das heißt, Sie haben eine klassische Sparkasse, okay. Aha. Dann schauen Sie, Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Können Sie mir bitte das Buch schreibieren? Ja, taube wie Vogel, 88.aol.com. Okay. Moment. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Können Sie bitte auf Ihrem E-Mail-Postfach schauen? Ja, dann muss ich einmal bei Office rein, Computer anmachen, weil bin ich nach draußen gegangen, okay? Aber kein Problem, wir können Kontrolle machen. Dann sag mir, Kollege, wo ist deine Firma? Sag mir. Schauen Sie, können Sie mir bitte sagen, wann würden Sie also vor Ihrem Rechner sein? Jetzt? Ich würde Ihnen jetzt... Ich würde mir gerade hinsetzen, jetzt auf Knopf drucken. Okay, gut. Dann haben Sie meine E-Mail schon bekommen, oder? Nee, den Computer jetzt anmachen. Du musst erst Hochfahrung machen, dann kann man bei E-Mail-Reingucken machen. Muss du eine Minute warten, ne? Hast du Stress, Kollege? Ja, bitte. Bitteschlimme Tag bei der Arbeit? Nehmen Sie Ihre Zeit, ist schon okay. Gut. Sag mir, wo ist deine Firma, Kollege? Meinen Sie Hauptsitz? Ja, das ist Company, Office Regulation, Dings da. Also, ich kann in unserer Lizenz checken, unsere Hauptsitz befindet sich beim Friedrichstraße zu 105 um Berlin. Oh, Berlin? Das tut gut. Aber wie ist, wenn man denn jedes Monat 30% Profit bei 300 Euro, das sind ja in etwa 3,50, muss man Steuern machen? Oder macht Firmen Steuern machen bei Angela Merkel? Steuerlich müssen Sie gar nichts zahlen, weil unser Unternehmer zahlt das sich selbst, okay? Oh, ich habe meine E-Mail schon bekommen. Ich gerade aufmachen. Wie ist dein Name bei E-Mail drinnen? Makramer. Ah, nichts bekommen. Mit der Betrachtskritte aktivieren. Nein, nichts bekommen. Jetzt? Ich nochmal bei Spam reingucken, warte mal. Bei Spam Mastercard, nein, das ist nichts, ne? Bei Winklersson, das ist nichts in meinem Namen. Wie du schreiben, mein E-Mail-Adress, kannst du einmal sagen? Ich habe gerade gehört, Sie haben einen Post. Warte mal. Wo ist der gekommen? Mark Kramer. Okay, da ist er sehr gut. Evan Jemina Montes, ist der französische Name? Das ist unsere Verabschiedsabteilungsleiterin. Das ist unser Firmenkonto. Und nur Frau Montes ist für die Gutschrift aus dem Konto zuständig. Okay, aber du, Kollege, du hast du Schicken von markkramer.gmail.com. Könntest du von Company-E-Mail-Adress schicken? Gerne. Sehen Sie, ich habe Ihnen geschrieben, gelbe Trag 250 Euro. Aha. Also, falls Sie wollen mit etwas Kostas anzahlen, können Sie gerne es ändern. Ja, wir können es machen. So, schauen Sie, wenn Sie ein Konto bei uns aufmachen, muss eigentlich orientiert nach Gewissen sein. Normalerweise macht man das über ein Videonetverfahren oder man geht direkt zu der Bank. Kollege? Ich will gerne diese Mindestrichtung absolvieren. Was damit gemeint ist, dass Sie keine Dokumente hochladen. Warte mal, Kollege. Nee, du musst jetzt mal kurz warten. Du hast geschrieben von einem Gmail-Adress. Ich möchte offizielle E-Mail-Adresse haben. Kein Problem, mach das kurz. Ja. Lass mich ausreden, ja? Sie müssen keine Dokumente hochladen oder Informationen über die Herkunft Ihres Geldes geben, okay? Oder Ähnliches. Sie haben zu mir einen Ebenen-Empfänger und so weiter erhalten und dort können Sie eine klassische Staffelbeweisung schicken, ja? Und wenn Sie dann eine Quittung von dieser Beweisung, die ausgeführt wird, von Ihrem Konto später verweisen können, dann haben Sie sozusagen diese Mindestrichtung absolviert. Oh Gott. So, Verwendungszweck, wollen Sie Ihren Namen nach Namen einschreiben, also Buch-Nachname angeben, ja? Ja. Dann, wie gesagt, Geldbezahl können Sie ändern, den Finger Ihren Gina Montes und, ja, nach den Beweisen können Sie gerne, damit unsere Finanzkapitalin bestätigen kann, dass diese Beweisung von Ihnen eigentlich bestätigt würde, nennen Sie bitte uns ein Foto, Skinshot und wieder ein Quittung überweisen, okay? Nochmal, was soll ich machen? Und wenn Sie bitte sagen, Screenshot? Ein Quittung. Screenshot, Beleg, PDF, Datei, können Sie gerne auf meine E-Mail antworten und sagen Sie mir bitte, wie viel Zeit brauchen Sie diese Beweise zu tätigen? Oh, zwei Minuten. Okay, dann kann ich an der Linie bleiben oder darf ich Ihnen in fünf Minuten sagen... Du, wir können weiterreden, weil du musst mir noch sagen, was ist dein Website, Kollege? Eine Website, also eine Zugangsdaten kann ich Ihnen später mal schicken. Nein, 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 Domain Name, Domain Name, Dotcom, Firmername, Domain Dotcom? Nein, nein, Immediate Connect. Ah, die waren das, okay, warte, muss ich gerade nochmal gucken, das habe ich doch gerade offen gehabt. Da, okay. Kannst du mir jetzt noch E-Mail schicken von Immediate Connect, E-Mail-Adress? Nicht von Gmail, Kollege. Das ist Wegwerf-E-Mail. Hallo, Bainshot. Hallo, Madaryakarait. Das war schon wieder zu viel, ha? Also, ich kann dich nicht mehr hören. Bist du auf irgendeinen Knopf gekommen mit einer übergroßen Nase? Bukkak! 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 Ja, ein Betrüger weniger, Freunde. Was für ein mieses Gesindel.